Musik Komm, sagen wir, wo wir gehen! Wir gehen! Ins Aquarium! Wir langen eine Qualle an! Wie? Wir langen an! Kennst du das an der Oschsee? Nein! Hallo, wie heißt du denn? Wie alt bist du denn? Wo ist deine Mama? Du erscheint mir doch etwas. Wo ist deine Mama? Wo ist deine Mama? Okay, zeig dir an, wo deine Mama ist! Ich habe eine wunderschöne neue Tasche gefunden! Ich glaube, mein zweites Tier wäre Katze! Ja! Sabine und Anni beim Trader Show! Nach Yoga! Schie auf Ruhr! Schie auf Ruhr! Schie auf Ruhr! Schie auf Ruhr! Los auf Ruhr! Ich bin schon live auf Sendung, Sabine berichtet live aus L.A. Das ist vielleicht eine kranke Scheiße, die hier abräumt. Jeder will nicht abdrucken, die stechen nicht ab wegen einem Donner. Der Döner ist kacke, naja, ich muss schon wieder pieseln, also nein. Die Wolle für die du Frau. Die total verliebt ist in Berlin. Hi! Wir sind in Elmein. Zeig die Tasche. Ja. Wir sind in Elmein. Zeig die Tasche. Die Taschen sind toll. Die beiden Königin. Super. Ja. Katzenkönigin. Es waren einmal zwei Katzenköniginnen. Verklemmen. ück Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.